... kennt ihr alle, Julia Gwin, also seit 2019 Nationalspielerin für FC Bayern, wurde 2021 Deutscher Meister und dann die wunderbare Lena Gerke, Model, Unternehmerin, Investorin und Founder von Leger bei Lena. Jetzt fragt man sich, was haben denn diese zwei Frauen denn gemeinsam? Und um das rauszufinden, müsst ihr einfach nur eine Sache machen und hier sitzen bleiben und zuhören. Zuallererst, diese ganze Talkrunde wird moderiert von Imke Sallander und deswegen begrüße ich zuerst Imke und Julia auf die Bühne. Give a big round of applause! Erstmal vielen Dank für die liebe Einleitung. Geil, ey, Hamburg einfach. Ich freue mich so hier zu sein. Also, du darfst dich aufs schöne Sofa setzen. Wir wurden schon vorgewarnt, man sinkt in einem Sofa ein, aber geht, oder? Es geht, ja. Perfekt. Also, wie gesagt, ich freue mich unfassbar, heute bei der OMR am Start zu sein. Und noch viel mehr, dass ich zwei ganz, ganz tolle Gäste dabei habe. Als erstes Julia, ich habe mir gestern als Vorbereitung auf unseren Talk noch deine Doku angeguckt. Und das ist wirklich phänomenal. Da geht es ja um deinen ersten Kreuzbandriss und wirklich deine Recovery. Und was da richtig durchstrahlt, ist einfach deine Leidenschaft für den Fußball. Da habe ich mich direkt gefragt, wie hat das überhaupt bei dir alles angefangen? Ja, das hat mit meinen zwei älteren Brüdern angefangen. Ich spiele seit ich acht Jahre bin im Verein und meine Brüder waren eben älter und haben mich immer mit auf den Bolzplatz genommen und da ist die Leidenschaft so entstanden. Ich war immer in der Schule mit meinen Freunden auf dem Bolzplatz und ja, da hat sich eine Leidenschaft entfacht, die mir nicht mehr genommen wurde und deswegen bin ich bis heute super gerne auf dem Fußballplatz. Man sieht ja auch deine Family in der Doku und man sieht auch den starken Support. Was du auch gesagt hast, ist, dass diese ganze Recovery-Zeit, die ja wirklich, die Doku sagt, dass es 336 Tage ging, dass das auch dich verändert hat. Inwiefern hat dich das verändert? Ja, man hat halt einfach die Chance, als Mensch zu reifen und man hat in der Fußballblase immer nur, ja, man denkt von Spiel zu Spiel, von Training zu Training und plötzlich wird man eben aus diesem normalen Alltag rausgerissen, ist auf sich allein gestellt, was man im Teamsport nicht kennt und hat dann einfach eine Challenge zu lösen und einfach sehr viel Zeit in sich selbst zu investieren und gerade durch diese mentale Schiene oder auch was jetzt im Kraftbereich angeht, das kommt im normalen Alltag zu kurz und dann hat man in so einer Reha einfach sehr, sehr viel Zeit an sich zu arbeiten. Das hast du auf dem Platz dann auch bewiesen, dass das dich ein Stück weit weitergebracht hat. Jetzt hast du dich ja leider nochmal verletzt im Oktober 2022, also im letzten Jahr. Wie weit hat dir das so geholfen, die ganzen Sachen, die du mitnehmen konntest aus der ersten Verletzung und Recovery? Extrem viel tatsächlich, weil man einfach die ganze Leidensgeschichte schon mal durchgemacht hat. Man kennt es, man kennt den Schmerz und man weiß einfach, dass man sehr, sehr schnell die ersten Schritte einleiten sollte. Es war einfach auch ein gewohntes Umfeld. Also ich kannte meinen Operateur, ich kannte meine Reha, meine Physios und wenn man da in ein gewohntes Umfeld kommt, erleichtert einem das schon vieles. Und es ist zwar eine sehr, sehr negative Erfahrung, die ich jetzt schon zum zweiten Mal machen musste, aber trotzdem kann man daraus, glaube ich, auch sehr, sehr viel Positives ziehen und wie gesagt, als Persönlichkeit auch reifen. Und die Frauenfußball-WM, die steht ja auch an. Ich hoffe, das habt ihr alle auf dem Zettel. Gehe ich mal vor und aus. Können wir dich da auch auf dem Platz erwarten? Das steht tatsächlich noch in den Sternen. Ich bin ja gerade noch in der Reha, in meiner letzten Reha-Phase. Also es ist nicht mehr lange, dann bin ich wieder bei der Mannschaft und das ist so das erste Ziel, das ich mir gesteckt habe. Aber natürlich als Sportlerin pocht das Herz natürlich schon, wenn man weiß, dass eine Weltmeisterschaft ansteht und gerade was wir auch seit letztem Jahr den Menschen auslösen konnten, was wir mit der Europameisterschaft auch auslösen konnten, da will man natürlich schon Teil davon sein. Aber das kann man natürlich erst realistisch einschätzen, wenn man dann wieder bei der Mannschaft ist und wenn man sieht, ob die weiteren Schritte dann auch sinnvoll sind. Ich bin mir sicher, das kann man dann alles auf deinem Instagram-Account auch verfolgen. Da bist du ja auch die reichweitenstärkste deutsche Fußballspielerin mit über 500.000 Followern. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer und ich finde es auch schön, wie du die Leute da sehr persönlich mitnimmst. Das sieht man auch wieder in der Doku, aber auch jetzt in deinen Storys. Und was bedeutet das für dich, diese mediale Präsenz? Ja, es ist was sehr, sehr Schönes. Ich glaube, es hat sich bei mir entwickelt durch die Weltmeisterschaft 2019. Das war mein erstes großes Turnier und da hatte ich eben ein Tor geschossen, das irgendwie eine Art Dosenöffner war für alles, was dann kam. Und gerade die Followerzahlen ist für mich natürlich auch eine gewisse Wertschätzung von den Fans, weil man den Leuten einfach was mitgeben kann und gerade für viele junge Mädchen draußen auch eine Inspiration sein kann. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil man, ich als kleines Mädchen hatte eben auch Vorbilder früher und es ist einfach schön, wenn man in so eine Rolle da auch reinschlüpft. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Argument, dass man auch an die Jugend denkt. Und ich finde es auch schön, dass zum Beispiel DAZN hat jetzt DAZN Rise, den Frauen-Sport-Sender gelauncht, was auch wieder ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Und wie sieht es denn bei dir aus? Verfolgst du auch andere Mannschaften oder fokussierst du dich eigentlich größtenteils auf eure Turniere? Ne, ich verfolge definitiv eigentlich alles, was mit dem Fußball zu tun hat, aber auch was mit anderen Sportarten zu tun hat. Wenn ich nicht selbst spiele, wie jetzt gerade eben, bin ich ja leider ausgebremst, dann versucht man natürlich alles andere aufzusaugen und sich auch von anderen Sportarten eben Inspiration zu holen. Und es ist super cool, wie du ansprichst, dass DAZN einen eigenen Sender gegründet hat für uns, weil das einfach wieder Plattformen sind, die wir bedienen möchten. Und diese Sichtbarkeit ist einfach sehr, sehr wertvoll für uns. Apropos wertvoll, da war ja gerade wieder eine Rekordkulisse und zwar beim Köln-Frankfurt-Spiel, wo über 38.000 Leute zugeschaut haben. Wie wichtig sind dann solche Gegebenheiten für euren Sport? Ja, sehr wichtig. Ich glaube, es ist eine Riesen-Ehre für uns. Es ist aber gerade auch das, was ich angesprochen hatte mit diesem Prozess. Also der Frauenfußball entwickelt sich momentan enorm und da ist es für uns super schön, dass wir immer wieder die Chance haben, auf Männerstadien auszuweichen. Und gerade diese Bühne, die wir bekommen, auch zu bedienen. Und es ist einfach schön zu sehen, dass die Nachfrage da ist, dass wir Stadien noch nicht ganz füllen können, aber dass es immer mehr wird. Und deswegen ist gerade diese Sichtbarkeit für uns einfach sehr, sehr wertvoll und ja, auch eine Art Zuspruch von den Fans. Absolut. Es gibt noch einen sehr, sehr spannenden Gast, den wir euch ja versprochen haben und diese Person wird sicherlich auch zur Sichtbarkeit des Frauenfußballs und natürlich auch zum FC Bayern München beitragen. Wir haben die ganz wunderbare Lena Gerke. Hallo, hallo. Oh, jetzt ist es herfahren. Ich wollte so schwungvoll Hallo sagen. Hallo, ich drücke dich. Hi. Hallo Hamburg. Oh wow, es ist so voll hier. Das ist total spannend und ich habe mich auch selber sehr über diese Nachricht gefreut. Ich sehe das immer so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel, weil wie viele auch natürlich hier sehen, Fußball immer als etwas sehr Strukturiertes. Da ist natürlich das Marketing-Game auch schon komplett durchgespielt. Da habe ich mich gefragt, ob da beim Frauenfußball vielleicht ein bisschen mehr Spielraum noch ist. Das könnt ihr vielleicht beide beantworten. Ich würde sagen, ja. Also ich glaube, ja. Und ich glaube, da liegt auch die Chance drin. Also der FC Bayern ist ja auch auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, wir finden ein Brand so toll und die Mädels tragen die Sachen auch privat. Kannst du dir das vorstellen? Und ich fand das sofort toll. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Chancen da auch liegen, auch für die Mädchen. Ich meine, das sind nicht nur Fußballspielerinnen, die haben so viel und die kämpfen so für ihre Leidenschaft und für das, was sie tun und was sie lieben. Und ich glaube, das zu supporten und ich glaube, auch für andere Marken liegt da noch ganz viel Opportunität drin, einfach wirklich mit den Mädels auch zusammenzuarbeiten. Und das ist noch so gar nicht so, ist noch ein bisschen unberührtes Feld, habe ich das Gefühl, oder? Also korrigiere mich, wenn ich etwas Falsches sage, aber ich glaube, dass da noch viel, viel, viel mehr passieren kann. Julia, was bedeutet denn so eine Partnerschaft für euch, gerade auch für die Sichtbarkeit? Ja, wir freuen uns natürlich riesig, wie Lena auch schon gesagt hat. Ich glaube, es passt einfach, es harmoniert und es gibt sehr, sehr viele Mädels, die die Sachen auch privat tragen. Und ich glaube, dass beide Seiten davon auch profitieren können, gerade was die Reichweite angeht, dass man auch nochmal andere Zielgruppen auch anspricht. Und von daher ist es, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Sache für uns. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig, dann auch in der nächsten Saison die Klamotten zu tragen. Also in meinem Kopf kann ich mir das alles schon super gut vorstellen, aber ich frage mich manchmal, wie das jetzt auf der praktischen Ebene, ob ihr zum Beispiel da auch viel Mitspracherecht habt, ob das immer so Schleifen hin und her gibt oder wie ihr das so alles besprecht. Genau, also ich glaube, das ist das Wichtigste bei so einer Kooperation. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu den Männern, wenn ich das so sagen kann. Also ich bin da nicht tief drin, aber so das, was man mitbekommt. Und ich hatte ja auch eine kleine Fußball-Vergangenheit, würde ich sagen, ist das da schon alles ein bisschen politischer. Und das ist bei den Frauen eben noch nicht so richtig. Und deswegen liegen da ganz viele Chancen, auch als Brand und sich zusammenzutun mit Kooperationspartnern, auf die man wirklich Bock hat, die irgendwie authentisch zum Brand, zu FC Bayern passen und zum Frauenfußball passen generell. Jetzt haben wir hier natürlich auch die Möglichkeit, direkt zu Brand zu sprechen, weil ich denke, der eine oder andere von einer Marke wird auch hier im Raum sein. Was wäre denn so dein Rat, also beziehungsweise würdest du das schon sagen, dass man aktiv auf den FC Bayern zukommen soll und Sachen forschen, gerade auch beim Frauenfußball? Okay, das kann ich natürlich nicht sagen. Das musst du wahrscheinlich besser beantworten, aber... Auf jeden Fall. Nein, also ich glaube, das ist, was Lena auch meinte. Und es ist einfach im Vergleich zum Männerfußball, ohne den Männerfußball irgendwie schlechtreden zu wollen, aber es herrscht noch sehr, sehr viel Potenzial und es ist wirklich so ein bisschen noch unberührt. Und deswegen glaube ich, dass wir mit unserer Art und Weise, mit dieser authentischen Art, aber auch einer gewissen Nähe zu den Fans einfach noch was ganz anderes bieten. Und deswegen, wir sind sehr, sehr offen, sehr kommunikativ und freuen uns natürlich primär, erst mal mit dir gemeinsam zu arbeiten. Und ich finde das auch so schön, weil Sportlerinnen oder Sportler allgemein, sind ja immer sehr, sehr, sehr bodenständig, weil ihr seid irgendwie von klein auf da rein und habt irgendwie immer Gas geben müssen und ganz viele Sachen auch beiseite lassen müssen in deinem Leben, weil du einfach so viel Zeit und Liebe irgendwie dem Sport angewidmet hast oder widmen musst, um auf so einer professionellen Ebene spielen zu können. Und ja, ich glaube, das ist einfach total interessant auch für andere Brands. Bei Frauen, da kann man sich ja alles vorstellen, sei es Beauty, sei es Fashion, sei es, auch wenn man vielleicht irgendwann mal Mutter ist oder so. Also ich hätte da so viele Ideen, was da passen könnte und ja, mache da auch sehr gerne Werbung für. Aber wir starten jetzt mal mit unserer Kooperation und da freue ich mich total drauf. Da werden wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Ich denke, ihr könnt beide auch sehr gut beantworten, inwieweit man das als Unternehmerin unter einen Hut bekommt oder bei dir einfach mit einem Profijob vereint, dass man trotzdem auf Instagram so aktiv ist und da auch so guten, hochwertigen Content raushaut. Wie schafft ihr das? Fühlt ihr euch da manchmal unter Druck oder geht das so locker von der Hand? Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich meinen Kanal komplett selbst auch mache und es natürlich immer mir wichtig ist, dass der Fußball im Fokus steht und alles, was ich nebenbei mache, ich mache Social Media einfach total gerne. Ich habe das schon gemacht, bevor ich eben diese Reichweite hatte, aber ich versuche einfach den Leuten was mitzugeben, was ich tagtäglich mache und es ist natürlich besonders, wenn man dann gerade jüngeren Mädchen einfach auch was zeigen kann und ein Stück weit eine Hilfe sein kann und eine Inspiration darstellen kann. Ja, das schaffst du ja, wie gesagt, auf deinem Kanal auch super gut. Und wie ist es bei dir? Ja, ehrlich gesagt, ich versuche einfach das, was ich so den ganzen Tag mache, irgendwie mitzunehmen, weil jetzt große Content-Generierung on top, das würde ich, glaube ich, gar nicht mehr schaffen nebenher, aber ich glaube, genauso wie Julia auch, einfach das, was man wirklich macht, irgendwie mitnehmen, umsetzen, zeigen und ich glaube, das ist dann letztendlich auch das Authentische. Also man denkt sich nicht großartig irgendwelche Story-Pläne aus oder so, sondern macht einfach. Ist das aber auch für alle erwerblich oder ist das dann sozusagen exklusiv? Nein, das gibt es natürlich auch bei uns sonst zu kaufen. Wer Lust hat, kann das dann nachshoppen. Genau, vorstellen werden wir das, denke ich, mal in den nächsten Wochen. Wollen noch gar nicht so viel verraten. Ich versuche hier schon, ihr wisst, ich versuche alles für euch. Ich quetsche und quetsche, aber es kommt nicht mehr. Aber wie gesagt, freuen wir uns sehr und ich freue mich auch auf deine Story. Wirst du so ein Insta-Haul machen? Bist du da so affin für sowas? Sollen die Leute sich überraschen lassen. Na gut, da lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Ich danke euch sehr. Mich würde persönlich tatsächlich noch interessieren, ob ihr euch hier auf der OMR noch irgendwas anschaut oder keine Zeit habt. Ich habe leider tatsächlich keine Zeit, weil ich heute noch trainieren muss. Also ich fliege jetzt dann auch bald wieder zurück, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier zu sein und ich würde sehr, sehr gerne wiederkommen. Nächstes Mal. Ich würde mir total gerne was anschauen. Wie gesagt, ich bin mit Baby hier. Das macht absolut gar keinen Sinn in diesem Gewusel. Ich habe gerade gemerkt, wo ich hier so den Kinderwagen durchgeschoben habe, durch diese ganzen Tausenden von Leuten, dass es hier ganz viel am Platz ist. Aber es geht eben nicht anders, wenn man noch voll stillt. Deswegen ist sie immer und überall dabei. Aber ich werde gleich eher ruhig ins Hotel gehen und eher eine ruhige Nummer schieben. Na gut. Aber ganz viel Spaß euch noch. Genau, Leute. Ganz, ganz viel Spaß auf der OMR. Und ich weiß gar nicht, wie das hier läuft. Ich glaube, wir verabschieden uns einfach selber. Ja, vielen Dank. Danke schön. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.